Hermann Tiemich war ein österreichischer Theater- und Filmschauspieler und Regisseur. Leben Hermann Tiemich stammt aus einer bekannten Schauspielerfamilie. Sein Vater, Hugo Tiemich, war Schauspieler, Regisseur und Direktor des Wiener Burgtheaters. Auch seine Geschwister Helene Tiemich und Hans Tiemich, mit denen er am Theater und in Filmen mehrmals zusammenarbeitete, waren Schauspieler. Schon während seiner Schulzeit in der Volksschule und im Gymnasium in Wien sowie in verschiedenen Landerziehungsheimen wirkte Tiemich in Laien-Spielgruppen und Privataufführungen mit. Nach dem Militärdienst als einjährig Freiwilliger in Wien debütierte er im Dezember 1910 am Hoftheater Meiningen, wo sein Engagement 1914 durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs unterbrochen wurde. Als Tiemich 1915 wegen schwerer Furunkulose für frontuntauglich erklärt wurde, nutzte er seinen Heimaturlaub, um am königlichen Schauspielhaus in Berlin zu gastieren und spielte dort zunächst an der Volksbühne. Ein Wechsel in das Max-Reinhard-Ensemble am Deutschen Theater brachte für Tiemich 1916 den Durchbruch. Im selben Jahr debütierte er auch im Film Die Gräfin Hayers und war Filmpartner von Ossi Oswalder und Henni Porten. 1918 führte er erstmals am Theater des Westens in Berlin-Regie. Er trat in drei Filmen Ernst Lubitschs auf, darunter 1921 als schüchterner Bandit in Die Bergkatze. Mit dem Tonfilm wandte sich Tiemich vom Theater ab und wirkte hauptsächlich in Filmoperetten und Komödien mit. Erst Mitte der 1930er Jahre kehrte er in Wien zum Theater zurück, wo er vornehmlich Rollen von älteren Herren übernahm. Diese spielte er auch im Film bis in die Nachkriegszeit. Nach dem »Anschluss« Österreichs wurde er 1938 zum Staatsschauspieler ernannt. In der Entphase des Zweiten Weltkriegs nahm ihn Adolf Hitler im August 1944 in die gottbegnadeten Liste der wichtigsten Künstler auf, was ihn, auch an der Heimatfront, vom Kriegseinsatz befreite. 1965 wurde er Ehrenmitglied des Burgtheaters und 1969 erhielt er das Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film. 1981 erhielt er den Ehrenring der Stadt Wien. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Hannah Tiemich-Wisser, Tochter des Eutiner Märchenprofessors Wilhelm Wisser, stammt eine Tochter, die bis 1945 auf der Bühne stand. Aus zweiter Ehe mit der Schauspielerin Wilma Degischer stammen zwei Töchter. Die Tochter Johanna Tiemich war wie ihre Eltern im Schauspielberuf tätig. Grabstätte auf dem Sieveringer Friedhof Hermann Tiemich ruht in einem ehrenhalber gewidmeten Grab auf dem Sieveringer Friedhof in Wien. Im selben Grab wurde zehn Jahre später seine Ehefrau Wilma Tiemich-Degischer bestattet.